Es macht mir sehr viel Spaß, mit Menschen und insbesondere für die Menschen zu arbeiten und ihnen mit meinem Fachwissen zur Seite zu stehen und ihnen dabei zu helfen, ihre Ziele optimal durchzusetzen. Und wenn man dann ein gutes Feedback bekommt, was regelmäßig der Fall ist, das macht wirklich Spaß. Ich bin Rechtsanwalt von Notar Patrick Petry. Meine Kanzlei befindet sich in Hannover-Bitte und ich bin darüber hinaus Fachanwalt für Verkehrsrecht. Zu mir kommen üblicherweise Geschädigte eines Verkehrsunfalles, um mit meiner Hilfe Ansprüche gegenüber den Versicherern durchzusetzen und geltend zu machen. Im Notariat wenden sich Kaufvertragsparteien an mich, damit ich einen Kaufvertrag erstellen kann und den Kauf einer Immobilie abwickeln kann. Anders als große Internetkanzleien bin ich für meine Mandanten und auch mein gesamtes Team immer da und ansprechbar. Vielen Dank.